Guten Abend beim Wetter. Es ist der bisher heißeste Tag des Jahres und der bisher heißeste Mai seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und zwar in Horn im Waldviertel mit 35 Grad. Allerdings hat es dann nach dem Regen dann schon auf 26 Grad abgekühlt. Apropos Regen, 74 Liter am Quadratmeter in nur einer Stunde, das gab es heute in Golling in Salzburg. Ja und morgen am Mittwoch, da regnet es dann weiter und zwar in der Früh und tagsüber mischen sich dann auch ein paar Gewitter dazu. Es bleibt aber vorerst noch schwül warm. Die Temperaturen liegen bei 25 bis 29. Im Osten könnte es noch einmal den 30er geben. Und so beginnt dann auch der Juni. Unbeständig. Gewitter und Regenschauer sind dabei, aber vorerst noch sehr warm. Ja, der Pfingstmontag, der fällt aus heutiger Sicht ins Wasser und da kühlt es dann auch schon ordentlich ab. Wir sehen uns morgen wieder. Schönen Abend. Ja, der Pfingstmontag, der Pfingstmontag, der Pfingstmontag. Ja, der Pfingstmontag, der Pfingstmontag, der Pfingstmontag. Ja, der Pfingstmontag, der Pfingstmontag.